Wegen der drohenden Vernichtung von Beweismitteln sehe ich Gefahrenverzug und ordne die Durchsuchung hier mit selbst an. Nur damit ich es mal gesagt habe, falls es eng wird, halte ich nicht meinen Kopf für Sie hin, ja? Verlangt auch keiner. Jackpot! Ja, ich würde sagen, Feierabend, ne? Machen wir uns einen Bunden. Wunderbar! Ist doch schon mal was, schön, ne? Wenn ich so ganz sicher bin, den Tischabend nicht zurückgeben müssen. Was sagt der Frau Staatsanwälte? Was sagt ein Jurist auf die Frage, wie spät ist es? Na? Kommt drauf an. Also ich habe hier keine Waffe gefunden. Bin ja jetzt auch durch. Alles da. Hier, haben wir nichts draus gebraucht, ne? Ich bin mit den Latschen auch durch. Keine der Schuhe, passt zum Profil vom Tatort. Na gut, die hat ja mit Sicherheit irgendwo entsorgt. Wird ja nicht auf Socken nach Hause sein. Freuen sich die Nachbarn, ne? Frau Schrader, die Durchsuchungsbeschluss gilt nur für diese Taus, ne? Ich wette, das ist Blut von mir in Wieland. Nur fürs Protokoll. Die Schuhe von Staatsanwältin Schrader im Hof des Verdächtigen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da gerade tun. Von ihm und machen bitte Sie, ja? Herr Alfadi, was ist im Gewerbehof passiert? Was ist im Gewerbehof?